Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu meiner Waffe in der Hand. Wir müssen aufs Dach. Für diesen Polizisten in Weiß. Lassen Sie Ihre Waffen fallen. Bleiben Sie, wo Sie sind und bereiten Sie sich auf Ihre Verhaftung vor. Vielen Dank für Ihren Besuch in der Karte. Hey, hören Sie mich. Ich bin im Überwachungsraum. Ich habe Sie auf dem Monitor. Sie müssen aus dem Aufzug raus. Sie kommen. Ja, und... Ich komme... wie aus... auch... Keine Spur von hier. Suche Sie weiter, aufs Dach. Ähm... Nö, oder? Dann... Dann erklärt mir, Leute... Ich glaube, ich muss auf so ein Aufzugding springen. Ich habe Sie gehört. Sie sind im Aufzugsschacht. Also, irgendwo da drin müsste es einen Zugang zum Belüstung... Och, nö. Nicht so einfach. Ey, genau in dem Moment kommt nämlich so ein Ding runtergefahren. Das ist nämlich eine Leiter, wenn man die mal sieht, da. Mann, Gott, das geht nicht! Ich weiß nicht so... ganz... Warte, da aber... Da ist ein Rohr. Wir können... Ach, komm! Ich wollte mich da festhalten, wenn es geht. Irgendwie... Nö, du hältst ja nicht fest. Ich weiß nicht so... So ganz fassig an... Leute, das Ding ist arschschnell! Das funktioniert nicht. Ähm... Leute? Wie geht das? Ich bin hier jetzt im Kack-Aufzug-Schacht. Aber der ist einfach... Lol. Das scheint nicht gewollt zu sein. Aha. Okay. Ja, wenn ich Spring-Bug schaffe, dann freue ich mich. So geht das nicht hier. So geht das nicht hier? Nein! Oh! 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 Ich hoffe mal, dass ich da mich nicht zu äußern muss, so dieser Scheiße hier. Doch Leute, warum macht ihr eigentlich so eine... Bullshit. Ja. Toll. Habe ich irgendwie ungern gerade, die Stelle, weil es ist wieder so eine... Ach, wie geht's weiter, Stelle? Loll, was ist das denn? Ey. Oh, dann sagt mir niemand, dass das eine scheiß Stange da hinten ist, oder was? 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 Was denn... Bullshit. Maa... Pff. Brrrr. 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 Ah! Hier ist eine dumme Leiter, die ins Nichts führt. So ungefähr. Ich weiß schon, nach der Aufnahme... Also nach der Folge höre ich auch. Ich ziehe noch durch, weil irgendwie bin ich ja jetzt endlich weitergekommen. Scheint sich ja so. Nein! Du bist scheiße, Faith. Nein, ich bin einfach nur scheiße. Meine Inkompetenz... Inkompetenz, Junge! Oh, das ist der Inkompetenz! Wer kennt ihn? Naja... Binnen wir ja sehr weit gekommen, diese Aufnahmesession. Nicht! Scheiße! So, und jetzt möchte ich neuen Schwung nehmen. So! Dankeschön! Ach du Megakacke, ey! Oh! Runter! 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 Ich glaube schon! Geht ja nur da in die Richtung, ne? Wieso... Die ganze Aufnahme leckt auch wie die Sau und das... Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht wieso. Das ist schade. Das stört mich ein bisschen auch. Dass die von der Höhe, äh... Ja. Ihr wisst schon. Alter, was ist das wie ein Lüftungsschar? Ich weiß nicht worum. Ah! Ah! Eine Aufnahmstehende überwacht dieses Gebiet. Sie können auf der anderen Seite wieder rein. Seien Sie vorsichtig, Faith! Okay, ich hab den gesehen. Ah! Ah! Oh ne... What the fuck? Oh Gott! EIT! LOL! Toll! Haha! Alle drei auf einmal! Ja, Mann! So ist das doch schön! So liebt das Spiel doch jeder! Und tot! Nein! Tot! Das hat mich jetzt etwas überrascht, dass ich jetzt nicht gestorben bin. Zoom raus! Alter, please. Oh, komm. Okay. Okay, die haben wir aber schon mal gut erledigt. Ich suche immer noch den einen Sniper da hinten. So. Das habt ihr davon, wenn ihr Face abschnipen wollt. Und da kommt ein neuer Shit. Warnung hochspannung. Ich frage mich gerade, ob ich die noch abschießen kann. Schütz-Sniper. Ey. Schüß-Sniper. Kann halt nicht. So. Aber was sich hinter dieser Tür verbirgt. Das anfangen ihr und auch ich in der nächsten Aufnahmesession. Tschüss Leute. Und bis zum nächsten Mal. Beim Loss Edge. Das war eine kurze Aufnahmesession. Wollte ich mal ausprobieren. Es ist Ostern. Da habe ich nicht so viel Lust aufzunehmen. Kann man verstehen, hoffe ich. Ich hatte eigentlich Lust aufzunehmen. Also nicht falsch verstehen. Aber. Tschüss Leute. Und bis zum nächsten Mal. Beim Loss Edge. Tschöööö. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö